Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, was wir einmal unter Quests unseren Shadowlands finden. Und zwar schimpft sich das T-Geplauder. Für dieses müsst ihr alle vier Geschichten einmal euch anhören. Und zwar ist das einmal T-Geplauder Theodar, T-Geplauder Vulkar, T-Geplauder Gubins und Tubins und T-Geplauder Verlorene Sibylle. Das ist eigentlich alles nicht sonderlich schwierig, sondern ihr müsst einfach nur mal gucken, sind die bestimmten Worldquests am Start und dann müsst ihr sie halt dementsprechend auch machen. Wo sind die Worldquests? Und zwar sind die alle hier in Revendreth. Und hier befindet sich dieses T-Geplauder. Wenn ihr die Kampagne durchgespielt habt, seid ihr da bestimmt auch schon mal vorbeigekommen. Das ist auf den Koordinaten 31, 57. Und hier ist es dann immer so, dass ihr eine Geschichte nachspielen müsst. Und ihr steuert dann immer einen anderen Charakter und könnt hier wirklich in diesem ganzen großen Gebiet, müsst ihr dann ja irgendwelche Sachen suchen, einsetzen, zu dem nächsten Objekt gehen, wieder was einsetzen. Ist ein bisschen nervig. Man sucht sich da teilweise ein bisschen einen Wolf. Und dahingehend wollte ich euch da auch noch einen kleinen Tipp am Rande geben. Auf WoW Head hat hier jemand netterweise die ganzen Koordinaten rausgesucht. Das habe ich jetzt aber auch leider erst gesehen, nachdem ich mich hier durchgequält habe. Ich werde euch das einmal auch verlinken. Die World Quest könnt ihr auch so easy machen. Aber damit ist es natürlich wesentlich einfacher, die Sachen zu finden. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen blöd. Ich habe mir dann Wolf gesucht nach dem ganzen Zeug. Und das macht es einen Ticken einfacher. Da weiß man, wo man hin muss. Und dann ist es auch ein bisschen easier. Das Einzige, was ihr eigentlich wirklich gucken müsst, ist die jeweilige World Quest da. Und dementsprechend hier, wo ich bin, auf den Koordinaten 31, 57, dort jeden Tag nachschauen, ist ein T-Geplauder-Quest am Start und ist das eine von denen, die euch noch fehlt. Genau. Das war es eigentlich schon soweit mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen helfen damit. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.